Ah ja. Und... Okay. Ah, da ist der Brich. Mein Gott. Gott, im Himmel. Gleich hat er sich noch seine Tasche irgendwie versaut oder so, weißt du? Der ist ja nur am Rumholen die ganze Zeit. Gott. Willst du nicht einfach warten? Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Oh, oh. Was ist das? So viel zum Überraschungsmangel. Nö, hör mal. Lass mal. Bist du sauer? So, erst mal hier Quen und dann, äh... Mensch, die Trompeten gehen aber weg. Lass mal du nichts, sonst. Lass mal du stimmst nach Kacke. Was ist los mit dem? Du bist echt, du bist ein Nichtsnutz, Alter. Stehst da, klotzen gegen die Wand. Wirst du's überleben? Hm. Denke schon. Verschwinden wir von hier. Warte. Das ist für Voltaire, du Hurensohn. Voltaire? Wer ist das? Schon vergessen? Kleiner Kerl. Nabe auf der Wange. Genau da. Oh. Jetzt erinnere ich mich. Ja. Mehr können wir nicht tun. Hat es nie hier rausgeschafft. Hm. Gehen wir. Mit Six. Dankeschön für deinen Primesab. Dankeschön. Diepe geht raus. So, erst mal looten. Oh, war das der... Jupp. Das war er. Gut. Aber wir gucken uns hier erst mal noch ein bisschen um. Ich glaube, diese komischen... Was war das? Ein Ork? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall. Eurgh. Da hat er drauf gepennt. Ist ja ekelhaft. Ähm. Die haben doch immer ganz guten Loot bei sich. Oh, eine ziemlich geile Rüstung, glaube ich. Überlegene Katze. Sehr schön. Das Manuskript haben wir schon mal gefunden. Das ist ja Wunderbärchen. Ein Skeleton. Ein paar Floren. Eine schöne Kiste. Waffenreparaturset. Hexenjägerrüstung. Oh je. Geil. Schiebst du gleich eine Hundipause ein? Ja, ich denke schon. Dankeschön. Dankeschön. Oh gut. So spannend war das jetzt hier doch nicht. Ich dachte, ich hab ein bisschen mehr Wand. Aber gut. Wir müssen dann... Oh, warte mal. Wenn wir da drüben raus müssen, dann waren wir hier oben aber noch nicht. Oder? Waren wir... Nee, da waren wir noch nicht. Oh, Fisch. Fisch. Und noch eine Kiste. Kiste. Guck dir mal diese Kiste an. Rubinenstaub. Öl. Jägerstiefel. Meister. Blah. Die bloß ein paar Kronen. Immer her damit. Moin. Oder zu Weihnachten vielleicht eher Makronen. So. Oh. Okay. Gut. Schaffst du das, Lampert? Wie sieht das oder wie sieht das aus? Soll ich dir helfen? Äh. Achso. Wurde grad sagen. Äh. Da geht's lang. Jetzt ist nicht der Präsident von Frankreich. Ja. Kokos Macron. Oh. Schön wieder draußen zu sein. Mhm. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger. Nicht auf uns. Hm. Keine Ahnung, wen du damit beeindrucken willst. Aber die harte Tour zieht bei mir nicht. Hm. Musst du gerade sagen. Besimir hat mir von deinem Job für diese Nilfgaarder in Velen erzählt. Was? Nilf? Was machst du da? Ich töte Monster. Ich bitte dich. Ist mir so rausgerutscht. Komm schon. Gelange zum Kreis der Elemente. Komm mit. Hm. Magie. Ein Ort der Macht. Hm? Was macht er denn? Siehst du wie er seinen Schwanz einzieht? Mhm. Ist ungewöhnlich für einen Troll. Oh. Oh nein. Der Arme. Vielleicht geht's ihm nicht gut. Hexer soll nicht gehen weiter. Halt. Halt. Oh. Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg? Hä? Äh. ja dieses ein tollen du redest mit diesen idioten bleibt ruhig wir wollen nur zum kreis wechsel sind ein sagen aber zwei tun manchmal tun auch drei genug aus dem weg dumm beutel oder ich zermalme euch verstanden das haben sie verstanden gut gemacht lauf zur höhle bevor sie uns steinigen jetzt den schwanz einziehen digger ist das dein ernst jetzt siehst du deinen schwanz einlemmert was bist du denn von spacken man hätte mit ihnen doch reden können das sind trolle sind sehr gesellige typen und teach das habe ich jetzt aber überlesen das ist eine absolute frechheit das ist echt frech das frech frech ist das wir verstanden wir müssen immer noch zum kreis der elemente steine da viele schöne steine macht ihr die unterhaltung spaß sie bringt uns nämlich nichts ja dann prügel ich doch mit denen was hältst du davon hat man ja gesehen wie gut du das gerade bei dem troll da hingekriegt hast aber bei dem anderen komischen fien der höhle bist du ein richtiger experte war prügel dich los lass mich reden du verstehst genauso viel vom verhandeln wie die von grammatik wir wollen euch nicht wehtun wir wollen auch eure steine nicht anfassen lasst uns einfach durch toll werfen stein hexer sind nicht hauen zurück nur brabbel brabbel hexer gut dumm troll du hexersen monster töten troll sind sein monsters ja wahre sache wir machen so ihr lassen scharf prügelstock da dann wir gehen nein sagen wir kaputt hauen gut wir lassen unsere schwerter hier und sammeln sie auf dem rückweg ein wir nicht sie wollen jetzt noch halt die klappe und tue es einfach so lambart ich glaube du hast deine berufung verfehlt soweit ich mich an papa wesemirs lektionen erinnere töten hexer monster dein gedächtnis ist für ein arsch sie töten nur gefährliche monster sie haben naja kommt das gelaber von lamper da kann er hören endlich geschafft was du nicht sagst man sieht toll aus sogar dir ist aufgefallen gerald wofür hältst du mich mal nachdenken eine meckertante klar spar dir deine komplimente für später an die arbeit was geht also wie dieser kreis funktioniert ist schon eine weile her dass ich mein medaillon hier aktiviert habe alles gut alter man brauchst dich nicht zu entschuldigen zünde die fackeln an und leg das phylakterium auf den altar ich mache den rest leg das phylakterium auf den altar ok wir legen das phylakterium auf den altar entzünde die fackel rund um den altar alter ja so 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 und nein du stehst mal wieder im weg merkst du nicht ne alles klar das phylakterium ist an seinem platz jetzt müssen wir warten die fiole absorbiert die kraft der elemente und wir gönnen uns eine verschnaufpause also wie bist du nach der prüfung des medaillons mit den trollen fertig geworden mal überlegen ach ja mit axi ich musste aber nur an einem troll vorbeikommen die anderen beiden waren beschäftigt ja axi sehr nützlich hat mir erst neulich mein leben gerettet sowas nicht wieder mit trollen angelegt ich wittere eine interessante geschichte eine der besten ein paar wegelagerer hatten mich aufgehalten der eine richtete seinen bogen auf mich der andere durchwühlte meine tasche hab den mit dem bogen dazu gebracht seinen freund zu erschießen und sich dann zu erhängen ja hm echt ne tolle geschichte nicht wahr ein echter schenkelklopfer sag mal warst du schon immer so ein zynischer bastard nein ich war bezaubernd bevor mich Wesemir nach Kermorhen gebracht hat schön direkt so gefällt mir das du denkst es ist so schlimm ein hexer zu sein ich hätte noch jemand schlimmeres werden können leider hatte ich keine wahl es war unser schicksal schicksal ich erzähl dir mal was von schicksal mein vater war ein säufer hat sich einen hinter die binde gekippt dann mich und meine mutter blutig geprügelt wir haben jede nacht um sein tod gebetet eines tages wurden unsere gebete fast erhört vater hat sich auf dem heimweg von der taverne verlaufen ist direkt in ein neckarnest gelaufen doch ein hexer hat ihm geholfen weißt du was er im gegenzug wollte bring mir das erste was du zu hause siehst mein leben für das leben dieses arsches ich sage fick dich schicksal hey wir sind nicht so ein zynischer arsch komm ich habe gerade echt über die zwei nachgedacht aber ich das wusste ich nicht tut mir leid falls du dich noch mal wunderst warum ich so verbittert bin jetzt weißt du es na schön genug gejammert verschwinden wir von hier gut dass du selbst gemerkt hast wir brauchen die schwerter ein hexer ohne schwert ist wie ein mann ohne arme natürlich bruder oder ein polo darsteller ohne penis je nachdem hexer nehmen ihre spitzen stöcke auf den rücken und gehen nach hause keine sorge du musst uns nicht überzeugen komm gerald gehen wir gut gehen wir zurück nach dir mein herr gut einige stunden später auch diesen teil der quest haben wir erfüllt und dann ist noch die nummer mit jennifer 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 komm ran wo bist du jennifer jennifer hundipause dauert noch einen moment dauert noch einen moment die hundis schlafen gerade und die eine hündin hat übelst husten da war wir auch gestern beim tierhalts gewesen die hat sich irgendwie keine ahnung angesteckt und 3 hunde im fahrhundeskreis haben auch husten ja das ist toll ich will die jetzt nicht aufwecken die sollen ruhig noch einen moment liegen bleiben Wir haben ja keinen Stress. Wir haben ja keinen Stress. Evie Jinx, dankeschön. Acht, du wurdest von Trinity gegiftet. Ah, ja, nice. Dankeschön, Trinity. Vielen, vielen Dank. Zwinger husten? Nee, 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 nee. Das ist irgendein Fact gewesen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Raucherhusten? Ja, wahrscheinlich. Bob Stonewall, dankeschön für vier Monate. Und Dragon Axe, dankeschön für acht Monate. Facecam, ich lass die Facecam aus, weil wir sind jetzt eh da. Und ich möchte wetten, dass jetzt eine Zwischensequenz folgt. Oh, ist das der Turm von den Mods? Oh, Gott im Himmel. Bist du das Patensmädchen? Gott im Himmel, Jennifer. Verdammter Kristall. Willst du uns in die Luft jagen? Geralt, tut mir leid, aber ich bin nicht zu scherzen aufgelegt. Was ist los mit dir? Lass mich nachdenken. Das war der dritte Kristall, der explodiert ist. Lambert tut seit einer Woche nicht, worum ich ihn gebeten habe. Wesemir besteht boshaft darauf, die Wand direkt unter meinem Fenster zu reparieren und hämmert beim ersten Morgengrauen drauf los. Und Eskel sucht statt Gabelschwänzen wohl eher Pilze. Die Jungs, nun, sie waren nicht gerade glücklich mit dir. Hm, warum nicht? Weil du nicht sagen willst, was du planst. Du behandelst sie wie Lakaien und beziehst sie nicht mit ein. Uns, genauer gesagt. Denn mir geht es auch so. Ich werde alles erklären. Zur rechten Zeit. Zuerst müssen wir die Vorbereitungen abschließen. Jennifer. Hast du ein Vertrauensproblem mit uns? Ach, nein. Wobei, ich fürchte, dass ihr mir nicht vertraut. Daher würde ich bestimmte Dinge lieber geheim halten. Fürs Erste. Ziemlich verdrehte Logik. Das mag jetzt so scheinen, aber du wirst mich noch verstehen. Wir müssen die drei machen, es tut mir leid. Ich habe von dem Bett gehört. Schläfst du wirklich lieber auf dem Boden? Nicht empfehlenswert. Der Stein kann furchtbar kalt werden. Etwas Kälte ist mehr Liebe als ein Bett voll roter Haare. Bist du wegen Triss so sauer, dass du dich an den Möbeln austoben musst? Hättest du lieber, dass ich mich anderweitig austube? Geralt, ich wirke ungern wie eine rachsüchtige Giftnudel. Aber in diesem Bett hast du zufällig eine gute Freundin von mir gefickt. Ja, ich weiß. Du hattest das Gedächtnis verloren. Wie auch immer. Sagen wir einfach, dass ich aufhöre, dir Vorwürfe zu machen und du dafür das beknackte Bett nicht mehr erwähnst. Einverstanden? Einverstanden. Wunderbar. Beschäftigen wir uns mit Wichtigeren. Das war Mitleid. Und Verzweiflung. Mensch. Mein Gott. Schön. Was soll ich tun? Hilf zuerst Eskel und Lambert. Einer sollte mir Rückenmarksflüssigkeit von Gabelschwänzen besorgen. Der andere das Phylakterium mit Elementarenergie verstärken. Ich warte noch auf beide. Schon erledigt. Tatsächlich? Welch Einsatz. Dann bleibt nur noch eine Kleinigkeit. Wie du gesehen hast, benimmt sich mein Megascope. Recht spektakulär. Ich bin sicher, dass es in der Nähe eine Energiequelle gibt, die Störungen produziert und verhindert, dass die Kristalle funktionieren. Wir müssen sie finden und neutralisieren. Und das schnell. Ich muss mit jemandem reden. Es ist wichtig. Diese, wo wir gerade bei Gabelschwänze reden, die Sache mit Triss, ne? Also, naja, egal. Mit wem willst du Kontakt aufnehmen? Oder ist das auch geheim? Das ist keineswegs geheim. Mit Ida Emian. Erinnerst du dich? Wie könnte ich sie vergessen? Losen Mitglied. Elfische Wissende. Genau. Eine Wissende. Wie der Name sagt, dürfte sie vieles wissen. Ich will sie wegen Uma um Rat fragen. Zufrieden? Deine zauberhaften Freundinnen, Wissende oder nicht, haben mich schon einmal verraten. Aber was sein muss, muss sein. Wärst du doch nur bei allen so vorsichtig gewesen. Sei's drum. Danke für deine Erlaubnis. Na gut. Wie finde ich die Quelle? Was für ein Ding? Potestakquisitor? Klingt ausgefallen und kompliziert. Und ist doch so einfach. Schön festhalten und bewegen. Je lauter er piepst, desto näher bist du dran. Mhm. Erspar mir bitte deinen halbstarken Humor. Und? Worauf wartest du? Äh, eins noch. Mhm. Danke, Geralt. Und das aus dem Mund von Jennifer. Jennifer! So. Hey. Übrigens, wusste dir schon, du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an der richtigen Stelle platzierst und dann im Schnellzugriff auswählst. Und soviel ich das Spiel kenne, wurde das schon längst gemacht. Natürlich. Sag ich doch. Elefant. Ich guck mal, was es hier zu looten gibt. Hey. Ähm. Nö, nix. Schade. Gut. Gut. Gut, 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 gut. Nichts. Na gut. Wir gehen. Tschüss. Wo geht's denn hier hin? Toll. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Jennifer, glas rein. Wo geht's denn da unten hin? Wo geht's denn da unten hin? Bob Stonewall. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für fünf Tier-One-Subs, die du verschenkt hast. Danke, danke, danke. Liebe geht raus an dich. Thank you very much for the support. Brother. Brother. Brother, Louie, Louie, Louie. Okay, komm, wir gehen. Möchtest du die Burg bei Minecraft bauen? Wär schon geil, ne? Geil wär das allemal. Aber halt auch super aufwendig. Aber cool wär's trotzdem. So. Störung. Findet ihr die Mag... Könnt ihr die Mag... Ich glaube, das... Prostata... Akquisator. Hier ist nichts. Oh, ich hab ein Signal. Set no Telekom-Kunde ever. Das Signal wird stärker. Ey, Eskel. Riech mal. Oh. Toll. Danke, Wiesi, mir. Vielen, vielen Dank auch. Komm, was? Das Signal wird stärker. Kann nicht mehr weit sein. Hier wird's wieder weniger. Ist er das magische Signal? Nein, wir reden. Nee, ist er nicht. Wiedersehen. Just a prank, Bruder. Schon wärmer? Wärmer? Eis? Warte. Warte. Blut. Halt das. Keine Reaktion auf die Merizio. Hier wurde's grad heiß. Na ja, hier ist es aber nicht. Das muss ja in dem, in dem, in dem gelben Ding sein. Hier wird's wieder niedriger. Hexer zu Pferde haben sich nicht ausgezahlt. Wird's auch wieder weniger. Schau, gefällt dir das? Hüpf, schlecht, wa? Huch. Er ist wieder raus da. Das Ding. Keine Angst vor Silber. Schon wärmer? Wärmer? Eis? Gerald, bitte. Okay, hier ist es ganz kalt. Hier auch. Sie zum Feuer. Erstmal hab ich auch ne Mobile gebraucht, um es zu finden. Ja, gut. Das ist aber auch wieder außerhalb des Bereichs, ne? Ja. Erstmal das Licht aus, das stört mich. Schon wärmer? Wärmer? Eis? Schau, gefällt dir das? Hüpf, schlecht, wa? Weniger? Das Ding? Ne. Och, ich... Nein! Wiedersehen. Das Suchen hab ich gehasst. Schon wärmer? Wärmer? Eis? Voll schwach, aber regelmäßig. Hm. Was ist denn dann da, wo das... wo das Markier... wo das Quest-Ding ist? Ist da... Kann ich da E drücken, oder wat? Was ist denn da, wo das Markier-Ding ist? Halt das. Langfa, Dankeschön für 22 Monate. Und Franzi Zock, Dankeschön für 2 Monate. Hier ist wieder kälter. Wir waren hier hinten in der Ecke noch nicht. Okay, hier war's am stärksten gerade. Oder war's in diese Richtung am stärksten? Ich guck auch mal... Ich guck auch mal hier hinten gerade. Okay, dann muss es hier vorne irgendwo sein. Oh, ich hab ein Signal. Gott im Himmel! Das Signal wird stärker. Kann nicht mehr weit sein. Ich glaube nicht mehr zu weit sein. Die Figur ist какое- Vielen Dank.